Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir wollen Gott in der Stille darum bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, mache uns still und rede du. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, als ich in der Schulzeit, das muss so in der 5. und 6. Klasse gewesen sein, einmal eine Klassenfahrt mitgemacht habe, da gab es eine spannende Nachtwanderung mit einer Schatzsuche. Das war so, die Lehrer hatten die Schatz, die Wanderkarte selbst nach Hand gezeichnet und irgendwas im Wald versteckt und wir hatten fast nichts außer einer Taschenlampe, einem Kompass, dieser Karte und unserer Uhr. Und dann ging es los in Gruppen, mit 5 Leuten sind wir losgezogen und haben diesen Schatz gesucht. Ich weiß nicht, das ist ja heute wieder in, ob das jemand von euch praktiziert. Geocatching, wo auch eine Gruppe irgendwas versteckt und die anderen müssen das suchen. Da ist es wichtig, dass man den Kompass hat und dass man einige Dinge weiß, nämlich zum Beispiel in einer sternenklaren Nacht, der Polarstern zeigt uns, wo Norden ist. Ja, wenn man das schon mal nicht weiß, ist man ziemlich aufgeschmissen. Ich weiß noch, die Lehrer hatten Fallen eingebaut, wir standen plötzlich vor einer Wiese, wo der Weg zu Ende war und mussten dann einen riesen Umweg laufen. Das war alles nicht so einfach, aber es gab noch keine Handys, kein Navi, Google Maps war noch weit entfernt, aber dennoch auch mit Kompass, Sternenhimmel und Karte haben wir den Weg gefunden. Ich denke, es ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir auch für unseren ganzen Lebensweg einen Kompass haben. Dass wir etwas haben, was uns auf diesem Lebensweg Orientierung gibt. Ihr bekommt heute so ein wunderschönes Metallkreuz von der Gemeinde geschenkt und auf diesem Kreuz ist ein Weg zu sehen, der sich so durch die Landschaft schlängelt an einem wunderschönen Baum vorbei. Und das erinnert an das Wort, das wir eben hier in der Bibel gehört haben, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Dieses Wort, das steht innerhalb der Abschiedsreden von Jesus. Jesus weiß, er hat nicht mehr lange zu leben, seine Stunde ist gekommen. Bald wird er sterben, gekreuzigt werden, verspottet, ausgelacht werden. Bald werden viele seiner Jünger aus Angst davonlaufen, sich verstecken. Wieder andere werden ihn verleugnen. Und einige werden auch bis zuletzt unter seinem Kreuz stehen bleiben. Und deshalb bereitet er seine Jünger mit diesen Abschiedsreden im Johannesevangelium auf die Zeit vor, wo sie nicht mehr seine sichtbare Gegenwart um sich haben, damit sie sich auf ihrem Lebensweg zurechtfinden. Er erzählt von seinem Weggehen und er hat vor Augen, was auf die Jünger dann zukommt. In einem Dschungel, in einem Labyrinth unterschiedlicher Wege, unterschiedlicher Heilsangebote werden sie sich zurechtfinden müssen. Da wird es innere und äußere Bedrohungen für die christliche Gemeinde geben. Und das war von Anfang an so, dass die christliche Gemeinde schon im alten Rom verfolgt wurde. Jesus sagt das ganz klar. Er sagt zu seinen Jüngern, wie sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist klipp und klar und aus der heutigen Perspektive wissen wir, es hat nicht lange gedauert, bis in Rom unter Nero, unter Diokletianen Christen verfolgt wurden, weil sie einfach den Kaiserkult verweigert haben, weil sie es abgelehnt haben, den römischen Kaiser als Gott zu verehren. Und weil sie gesagt haben, für uns gibt es nur einen Gott, das ist der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wer Jesus nachfolgen will, der muss mit Widerstand rechnen, der muss mit Ablehnung rechnen, auch Unverständnis und auch, dass er ausgelacht wird. Da sind Bedrängnisse mitunter vorprogrammiert. Ich denke, das ist ein großer Segen, dass wir hier in Deutschland leben, dass ihr euren Glauben öffentlich bekennen könnt, dass ihr sagen könnt in der Straßenbahn, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach. Da passiert uns nichts, da ist unser Leben nicht von Strafe bedroht. Ich habe heute auf der Seite von Open Doors heute früh noch einmal gelesen, dass die Christenverfolgung weltweit extrem zugenommen hat. Über 312 Millionen Christen werden in dieser Welt verfolgt. Der absolute und traurige Spitzenreiter ist Afghanistan nach der dortigen wieder Machtübernahme der Taliban, gefolgt von Nordkorea und dann kommt auch schon bald China. Das ist das eine, die äußeren Verfolgungen, darauf möchte Jesus seine Jünger vorbereiten. Aber auch der innere Druck wird zunehmen, sagt er. Er sagt, man wird die Heilsbotschaft verändern. Man wird ihr die eigentliche Spitze nehmen. Man wird das Wort vom Kreuz mit anderen Lehren vermischen. Das Wort vom Kreuz vom Sühnetod Jesu für unsere Schuld. Das wird immer wieder ein Stein des Anstoßes sein und werden und ein gewaltiges Ärgernis. Das war schon im alten Griechenland für die griechischen Philosophen und für die griechischen Gelehrten war das unvorstellbar, dass ein Gott sich kreuzigen lassen soll. Das ging in den Kopf nicht rein. Die hatten einen wunderschönen, riesigen Götterpantheon mit vielen Göttern und da gab es ein Mosaik, das hat man bei Ausgrabungen gefunden. Die Archäologen waren da fleißig, haben das freigelegt und dort ist ein gekreuzigter Körper zu sehen an einem Kreuz mit einem Eselskopf und darunter stehen die Worte, Alexamenos betet seinen Gott an. Paulus, wenn wir mal die Paulusbriefe lesen, dann sehen wir, dass Paulus sich mit vielen Irrlehrern und Anfeindungen auseinandersetzt und er schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine große Gotteskraft. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sagt Jesus und er gibt seinen Jüngern ein ganz klares Kriterium. Jesus ist nicht irgendeiner von vielen Wegweisern in die richtige Richtung, sondern er ist als Person der Weg. Er ist auch nicht einer von vielen berühmten Weisheitslehrern für die oder gegen die man sich entscheiden kann, sondern in ihm begegnet uns die Wahrheit schlechthin. Er ist die Wahrheit in Person. Jesus ist auch kein Ratgeber von den vielen Ratgebern, die wir heute kaufen können, wie könnte mein Leben eventuell gelingen, sondern er ist das gelingende Leben in Person. In ihm, das heißt, wenn wir an ihn glauben und auf ihn vertrauen, dann wissen wir, wir haben den richtigen Weg, wir haben die Wahrheit, wir haben das wahre Leben an unserer Seite. Es gibt keinen Weg zum Heil, der an Jesus Christus vorbeigeht. Ohne Jesus verirren wir uns, finden wir nicht den richtigen Weg. Er ist der Schlüssel zu allem. Und das sagt er hier zu seinen Jüngern, vertraut auf mich. Denkt an die Worte, die ich euch sage, wenn ich nicht mehr da bin. Wie kann das nun aussehen, dass wir Jesus nachfolgen, ihn als den richtigen Lebensweg immer wieder neu erkennen. Und ich denke, zwei Dinge sind dazu notwendig. Erstens, der Heilige Geist. Und zweitens, dass wir die Worte Jesu immer wieder konsumieren, lesen, uns ihn aussetzen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Ich wünsche euch, dass die Bibel, das Gotteswort, euch durch euer ganzes Leben begleitet. Dass ihr regelmäßig darin lest und dass ihr Jesus Christus als euren Herrn darin findet. Ich habe euch hier mal eine Bibel mitgebracht, die sieht schön aus, ist aber schon uralt. Die habe ich 1989 zum Weihnachtsfest bekommen. Kurz bevor ich in die siebente Klasse kam, kurz bevor ich vorkonfirmand wurde. Und diese Bibel, die hat mir eine alte Frau, die Schwester meines Großvaters, hochbetagt damals schon, die lebte mit bei uns im Pfarrhaus und die hat mir diese Bibel, diese heilige Schrift geschenkt. Meine Eltern haben die bis zuletzt gepflegt. Sie war ihr Verlobter, war im Krieg gefallen. Sie ist dann allein geblieben. Und hier vorne steht noch mit ihrer Handschrift eine Widmung, die sie für mich geschrieben hat. Ist noch in der Kaiserzeit in die Schule gegangen, 1912 bis 1921. Will nicht wissen, was das für eine schulische Ausbildung damals war. Bestimmt noch relativ streng. Preußischer Trill herrschte da noch. Aber ich möchte Ihnen und euch die Worte vorlesen, die sie hier in diese Bibel für mich geschrieben hat. Mein lieber Markus, in der Heiligen Schrift findest du die größte Kraft und die letzte Wahrheit für dein Leben. Dass du das immer wieder ergreifst, das wünscht dir von Herzen deine dich liebende Tante Hilde. Weihnachten 1989. Und diese Bibel, die begleitet mich bis heute. Mit der war ich auf Bläserfreizeiten, Konfirmandenfreizeit. Vor meinem Theologiestudium haben meine Eltern hier eine neue Einbindung finanziert. Die war richtig zerflettert, da fielen schon die Seiten raus. Also dieser, das stammt nicht mehr aus DDR-Zeiten, der Einband, der ist schon im Westen hergestellt. Aber die Bibel begleitet mich bis heute und ich lese fast täglich in ihr. Und ich lege euch nahe, ich wünsche euch, dass ihr die Bibel auch so kennenlernt. Dass Gottes Wort, in dem Jesus Christus lebendig ist, Dass das für euch zum Kompass wird in eurem Leben. Ich habe eure Konfirmandenaufsätze aufmerksam gelesen, fand das sehr spannend, was ihr dort geschrieben habt und sehr nachdenkenswert, auch zum Teil sehr tiefgründig. Da hat jemand geschrieben, am Glauben von Gott und Jesus ist mir wichtig, dass immer jemand für mich da ist und dass ich mich an ihn wenden kann. Egal, ob es mir gut oder schlecht geht. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Gott ist doch nicht nur auf den Sonnenseiten und wenn es uns gut geht da. Gott ist immer da. Er ist immer an unserer Seite. Ein anderer hat geschrieben, dieser Spruch zeigt mir, dass mein Leben unter Gottes Schutz steht. Sicher wird es auch in meinem Leben Sorgen und Nöte geben. Lebenssituationen, die mir Angst machen. Egal, was im Leben passiert, Gottes Wille steht dahinter und Gott ist da. Wieder jemand anders schreibt, ich habe diesen Spruch gewählt, weil ich hoffe, dass Gott mich auf all meinen Wegen bekleidet und auf mich aufpasst. Ein anderer hat auch von Todeserfahrungen geschrieben, wo der Konformationsspruch zum Trost wurde. Schließlich schreibt jemand, dass ihm Gottes Hilfe in jeder Lebenslage durch seinen Konfi-Spruch zugesprochen wird. Eure Aufsätze haben bei mir einen großen Eindruck hinterlassen und ich habe gesehen, ihr seid schon unterwegs. Ihr habt diesen Weg mit Jesus schon angetreten. Durch eure Eltern und Paten in eurer Konfi-Zeit, durch Freunde, die euch auf diesem Weg begleiten. Ich wünsche euch, dass das so bleibt, dass Gott immer wieder seine Gnade und sein Gelingen dazu schenkt. Unser Herr Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.